Die SPG GmbH aus Bünde in Westfalen ist Ihr Partner für Auslegung, Service, Ersatzteilversorgung und Reparatur von gepanzerten Pumpen. Wenn eine normale Pumpe aus Grauguss die vorhandenen Anforderungen nicht erfüllt, kommen unsere SPG Panzerpumpen ins Spiel. Durch die modulare Konfiguration unserer Pumpen haben wir für jeden Einsatz das passende Produkt. Mit über 30 Jahren Erfahrung können wir sie nicht nur zur Pumpe selbst, sondern auch zu den idealen Rohr-Nennweiten, Wanddicken und Werkstoffen für Ihr Fördermedium professionell beraten. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen, energetische Einsparpotenziale zu erkennen und auch zu nutzen. Profitieren Sie von unserem großen Lager und unserem flexiblen Vor-Ort-Service. So müssen Sie nicht wochenlang auf Ersatzteile warten und Ihre Pumpen nie lange stillstehen. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf jede neue Herausforderung. الgerät Vielen Dank.